guten morgen dreiviertel acht also viertel vor acht die das nicht wissen was dreiviertel acht ist wir wandern jetzt zum brei gestohen also ich versuch's mir macht's schauen wir mal ob ich um ankommen bis später ein paar sekunden später so schau ich aus nach der ersten treppe ich hasse treppen habe ich das schon mal erwähnt das sind ja riesen steinstufen normalerweise ist es ja ganz easy aber ich hasse das ich kann das einfach nicht aber die aussicht ist schön und da unten ist irgendwo ne auto zwischen den ganzen weisen mich versteht's gar nicht der läfft wir jungs räder rauf also weiter geht's so geht der weg die ganze zeit nur steine 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 da geht's rauf treppen über treppen saabes so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es geschafft! 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 Und es sind echt wenig Leute hier! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10! Also gefühlt 40 Mann sind jetzt auf der Plattform. Wir haben es geschafft! 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 Amen. 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 So, wir sind auf dem rückweg vom Breikestolen und sind jetzt da an den idyllischen Seen. wir hatten heute echt glück maximal 40 mann am steigen um das war cool na komm wir weg mehr action das schaut aus wie ein Fischmaule und diese Fähre fährt mit einem einzigen Ohr da her, das ist echt witzig was das für Sprüte ist, für nix der dann ausgeblausen wird so 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 so